Entdecken Sie das alte Grab Jawoll What da? Ja gut, das hast du gut gemacht Lara Weil das hätte schmerzhaft werden können Weil so tiefer ist das Wasser jetzt auch nicht Aber hier haben wir ein Geocache Das nehmen wir gleich mal mit Eins von drei Geocaches Das ist in der Forschungsbasis Komm schon, das... Das ist die Forschungsbasis Okay, die holen wir uns alle drei Komm schon Dann kriegen wir auch mal wieder die Geocache-Erfahrung Da drüben ist ein Erfahrungsbaum Wir holen jetzt diesmal alles Äh, warte Sind gerade im Kreis gelaufen, verdammt der Axt Hä? What? So, nochmal gucken Also das hier ist ein Kreis Gut, das haben wir gerade auch gemerkt So, bloß wo? Kommen wir aus diesem beschissenen Kreis raus? Ach hier Alter, wie soll ich das gerade nicht gesehen? Ah, das war schon dämlich Echt? Echt? Das muss man... Kann... Nein, muss man nicht Das kann man mal sehen Ist ja auch nicht so schlimm, wenn man es nicht sieht Ah ja, das ist genau das, wo wir hinwollten Okay, jetzt gehen wir mal rein in die Forschungsbasis Lass mich raten Ich werde gleich wieder von Leuten überrascht Hm, nicht mal Und das, obwohl ich hier so einen Lärm mache Scheiße So viele Leichen Heiser jetzt Die Uni sind hier Und sollen sie uns etwa finden Sei ruhig Und halt das an dem Mädchen ausschauen Sooo Ach, ich kann ein Lager Lager kann nicht benutzt werden, wenn Feinde in der Nähe sind Na, das ist ja super Ih, da liegt ne Leiche Ja, klar, der hat das natürlich nicht gemerkt No, no Wenn ich dem natürlich da einen Kopfstoß Äh, wuss Oh man, der ist da runtergefallen Hat der auch noch was? Bäh, der ist ja schon voll verdorrt und verfault Bäh Komm schnell zum Lager Hocken wir uns mal hin und schauen uns das mal an Jawoll, Waffe modifizieren Komponenbogen zu Sportbogen Mächtig Äh, weiter Ja, danke Ach so, jetzt kann ich den sicher nochmal ausrüsten Was kann ich jetzt noch bauen Was gibt's hier jetzt noch? Zwei Sachen Napalmpfeile, die hab ich schon Explosive Pfeile Die Pfeile sind mit Granat Granatenspitzen versehen Die beim Einschlag explodieren Ja, und los Und was haben wir hier noch so? Stabilisierende Gewichte Verbessern die Präzision Und hören damit den Schaden Und was haben wir hier noch? Durchdringende Pfeile Aufgeladen Schüsse Durchschlagen Panzerungen können so mehrere Ziele treffen Geil Das machen wir Und dann das nächste noch Und jetzt haben wir noch 25 Und dann haben wir das Schon mal effektiv genutzt hier So Alter, was jetzt so ein riesen Bogen hat Warte mal, nimm mal eine andere Waffe Jetzt ist der Bogen verschwunden Ach komm Alter, was ist das für ein riesen Bogen? Es kann doch nicht mehr gesund sein, den da mitzuschleppen Und wir hier so Alter Ja, da war der erste Bogen schon um einiges hübscher Ah, jetzt können wir den doch auch noch ausräubern Und die Musik macht mir Angst Kann hier irgendwas machen? Da liegt was Das nehmen wir mal noch mit Irgendwas habe ich da noch vergessen Tagebuch wahrscheinlich oder sowas Hä Ah, hier Ja, super Kurz nach der Entdeckung des Grabs kam die Oni Zuerst ging die Lichter aus Und dann begannen die Schreie Waren es unsere oder ihre? Der schreckliche Ton tobt immer noch in meinem Kopf Sie trugen die Rüstung meiner Vorfahren Und sie töteten uns mit uralten Klingen Schüsse, Schreie, Blut Wir konnten, wir konnten sie nicht aufhalten Alle stürzte ins Chaos Dann herrschte Stille Sie waren fort Oh Gott, warum sind sie gegangen? Warum haben sie uns nicht alle getötet? Hauptmann Osaka hat jetzt das Kommando Wir, wir verlassen die Basis Aber nicht die Insel Wir gehen ins Landesinnere, zum Kloster Es gibt keine andere Lösung Wir müssen den Oni folgen Wir alle Wenn wir den Stern nicht kontrollieren können Müssen wir ihn zerstören So, so Also, derselbe Soldat Und wieder erwähnt er die Onis Sind das vielleicht die Dinger, die ich im Kloster gesehen habe? Was sind das für Viecher? Anscheinend war hier so ein Grab Das wir jetzt wahrscheinlich auch sehen werden Und da waren irgendwie die Oni drin Und da haben dann fast alle getötet Und dann sind sie irgendwie verschwunden Naaa, super Und dann Ist natürlich klar, Lara Dass wir da Also natürlich, Lara geht dann natürlich da gleich hin Das ist natürlich klar Jawoll Uah, hier ist schon wieder überall Blut Jawoll, rein hier So Scheint mir da sehr sicher zu sein Nimm mal einen Aufzug, oder? Schade, Aufzug Na super Ich muss irgendwie da durchkommen Ach, da kommen wir nicht runter Ja, toll Klasse Das ist schon mal wieder ein Klassiker So, drücken sie mir mal zum Aufstemmen Ah Ich bin auf der richtigen Spur Ja, so sehen wir das auch Du wirst, warum ist hier keine Ah, das ist wahrscheinlich auch nicht so vorgesehen Gut, gehen wir mal Da raus, oder? Genau, da haben wir schon mal die erste Tür hier Diese Tür haben wir schon mal überlistet Sehr gut Okay Ah, da ist was Ah, ein Mann Ein toter Mann Alter, ganz viele tote Männer Weh, das ist doch ein richtiges Grab hier Kommando an Agent Stop Trinity ist besorgt Stop Beschaffung des Sternphänomens inakzeptabel Stop Sabotage der Operation der Achsenmächte unabdingbar Stop Unbekannt Geheimnisvolle Befehle War noch eine Was ist ein von zwei Geocache Geheimnis gefunden? Achso War noch eine andere Person oder Gruppe an dieser Insel interessiert? Moment, ich habe jetzt keine Zeit, diese Frage zu klären Ne, natürlich nicht Na, super Ah, wenn ich die Geocaches finde, dann finde ich diese Dinger da, oder was? Ne, ist doch kloge Äh, da unten ist eine Kiste Da würde ich gern hingehen Ah, die liegt da oben Ah, Moment Das holen wir uns jetzt gleich mal Höp Ah, lass mich mal raten Jawoll, ein Teil für die Schrotflinte gefunden Jetzt können wir die auch noch modifizieren Jetzt haben wir auch grad kein Lager in der Nähe, okay Ähm Lass mich raten, jetzt kommt der Aufzug wieder nach oben Und bis hierher, komm schon, stopp Ja Genau Dann lockern wir mal hier, oder? Ja Ja, so läuft das, genau Aber es ist nicht wirklich was passiert Kann ich jetzt hier drauf rumhampeln Sieht fast so aus, kann ich hier hochklettern? Nein Kann ich sonst irgendwas im Aufzug machen? Nein Dann würde ich sagen, gehen wir mal in die nächste Etage und hier ist eine Leiter Äh Erst Leiter oder erst nächste Etage? Hey, da oben ist so ein Ding da Wo ist da? Ähm Okay, hier kann ich auf jeden Fall auch so ein Ding kaputt machen Aber ich glaube ich dazu muss ich das erste, den nächsten Stock befördern Das Teil Ah ne, kein Sohn, nein, nein So einer So, dann kann ich das Bergungsgut hier auch nehmen So, und da kommen wir natürlich auch super hoch in die vierte Etage So, mehr Etagen gibt's nicht, gell? Gut Na dann Ja, stets musst du die anderen Teile lockern So, außen hier Was? Doch nicht so Ah, jetzt kann ich da nicht mehr durch, oder? Wäre da irgendwas interessantes gewesen Ach, ich muss da durch Da komm ich so gar nicht hin Ah, okay So, dann mal einen Moment Ja, gut siehst du aus So, und warum ist da eigentlich hier noch wieder der Strom da? So Ich muss jetzt nur grad was gucken, deswegen vielleicht hier eine kleine Unterbrechung drin Ah ja, genau Ich muss jetzt hier weiter hoch, genau da war ich stehen geblieben Ähm, so, und jetzt muss ich hier mit der Shotgun Nein, das ist nicht die Shotgun Das ist die Shotgun Nein, nicht so weit runter, Alter Oh nein, 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 nein Okay Bin ich da jetzt gelandet? Ist das so weit unten? Ne, doch, Alter, das ist schon so weit unten So, so Na dann Na dann Okay, dann Schauen wir mal, dass wir das hier anmachen So, dann gucken wir mal, dass wir hier hochkommen So läuft es, Leute So, wunderbar Erstmal werfen wir uns gut und dann können wir den Aufzug hier auch Ein bisschen lockern Okay Einen noch, dann kann ich den Aufzug bewegen So Gut Ah, hier geht's runter, so Und wo war jetzt das eine noch? Ich glaub das war hier Ja, genau, sehr gut Was? Und Sia Ich glaube das hat funktioniert Ja, ich denke auch War ziemlich mächtig Lara Ach ne, wir waren nach unten Ah, da ist auch das Bleibungsgule jetzt mal runtergefallen hier Sind wir natürlich auch gleich mit Wir müssen ja noch 600 brauchen wir ja noch für unseren Bogen Oh, und jetzt ist plötzlich die Tür offen Ja, klar So, da sind wir hergekommen Ah, sogar mit Schienen und so So, so Und jetzt können wir auch runter, jawoll Und zur Kiste Was war das? Hey, ist da jemand? Mann, scheiß drauf, ey Das könnte mach ich auch hier Weiß ich auch nicht, was du hier machst Da ist noch so ein Schrank, den holen wir uns nachher Aber jetzt erledigen wir erst den Typ der da steht wahrscheinlich Genau der hier Nein Ah, Glück gehabt bevor der da abhaut Das wäre ja gar nicht, das hätte mir ja gar nicht getaugt Wenn der da abhaut Komm, mach den Schrank auf, Lara Tak Genau, Dankeschön 65 Bergungsgut Ah, da liegt was Haha Ich hab neue Orte entdeckt Oder hat hier eine Schlacht stattgefunden? Cooler Helm Nehmen wir natürlich auch gleich mit in unsere riesen Hosentasche So Na ja, gut, da gibt's nichts mehr zu sehen Ähm, jetzt räumen wir erstmal die Toten hier aus Was auch immer die hier tun Äh, war da irgendwas? Ach ne, das war das Ding wahrscheinlich Hier holen wir mal die Erfahrungsküste mit Das Bergungsgut hier Zack, Dankeschön Und da kommen wir schon mal nicht durch Na super, dann mal geradeaus weiter Ah Sicher den Durchbruch gemacht, oder? Auf A Da 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 Ah Da Da Vielen Dank.